Wem das Scratchen auf Plattentellern zu langweilig ist, der kann es jetzt auch mal mit dem Crap Scratch probieren. Und zwar klingt er ungefähr so. Und zwar ist das ganz einfach. Ihr müsst euren Finger nehmen und stellt euch jetzt mal so einen fetten Fisch vor und seinen Mund. So, dann macht ihr das ungefähr auch so. Hier ein bisschen die Lippen nach oben. Dann nehmt ihr euren Finger und tut ihn so hier auf euren Mund legen halt und die Luft reinziehen. Dann müsste ungefähr dieser Sound rauskommen. Wenn nicht gleich der Sound kommt, dann kann es gut daran liegen, dass ihr vielleicht nicht die richtige Stelle an eurem Mund gefunden habt, weil es kommt nicht darauf an, wie stark ihr die Luft reinzieht, sondern dass ihr die richtige Stelle findet. Kurzes Beispiel. Jetzt können wir dem Ganzen noch eine Steigerung geben und zwar mit dem Wort Tocke Tocke. Und zwar sagt ihr das Wort einfach beim Einatmen. Das klingt dann ungefähr so. Tocke 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 Tocke. Und dann habt ihr den Crab Scratch.